Wir wollen jetzt die Grenzen in Europa für die Menschen wieder öffnen, aber gleichzeitig müssen wir dem Virus weiter Grenzen setzen. Deshalb wird es jetzt umso mehr auf jeden Einzelnen von uns ankommen. Und deshalb mein Appell an alle, die verreisen, genießen Sie Ihren Sommerurlaub, aber genießen Sie ihn mit Vorsicht und genießen Sie ihn in Verantwortung. Auch im Sommerurlaub wollen wir es dem Virus so schwer wie möglich machen, sich eben nicht wieder auszubreiten in Deutschland und in Europa. Sollte es Veränderungen geben, Infektionszahlen wieder ansteigen, dann werden wir darauf reagieren können bis hin zu der Tatsache, dass aus Reisehinweisen auch wieder Reisewarnungen werden können. Ich glaube, die Entwicklung der Zahlen in Deutschland zeigt, dass die Lage nach wie vor fragil ist und dass wir alle dazu aufgerufen sind, sehr verantwortlich damit umzugehen, dass es jetzt Lockerungen gibt, aber uns eben genauso bewusst sein sind, dass das Virus nicht verschwunden ist. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.